Mein Name ist Barbara Kuspan, ich bin Länderverantwortliche von der Solidarmed Mosambik. Wir sind hier im Norden des Landes, in der Provinz Kapitalgad im Distrikt Schure, gerade hier im Spital von Schure. Etwas ganz Wichtiges, was uns fehlt, ist Transport. Und weil Dörfer schwer zugänglich sind, ist ein schönes Modell der Veloambulanzen, Elektro-Veloambulanzen, sogar Solarbetriebene. Bitte spenden Sie doch, damit die Leute, vor allem schwangere Frauen, aber auch Kinder und sonst Kranke, das Spital brauchen können.